Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem Video. Ich habe mich ewig nicht gemeldet. Ich habe schon zweimal wieder versucht, ein Video aufzunehmen, aber ich habe immer keine Lust gehabt, das zu schneiden. Und deswegen ist das echt verjährt. Und deswegen habe ich gedacht, das lasse ich jetzt machen, ein neues. Wie ihr seht, ich bin im neuen Haus. Also wir wohnen jetzt seit über drei Monaten hier. Und ja, die Zwillinge sind auch da. Also mein Bauch ist fast weg. Nur noch ein bisschen ist noch übrig. Und ich zeige sie euch mal. Die liegen hier in dieser Swing to Sleep. Die haben wir uns gekauft oder bis jetzt noch ausgeliehen. Aber ich kaufe sie auf jeden Fall noch. Und da schlafen sie, die beiden. Gell? Da liegt der Felix und der Raphael. Genau, so heißen sie. Und genau, ich nehme euch mal mit. Und die Lotta ist seit 8.30 Uhr in der Krippe. Wir haben jetzt gerade die Umgewöhnung in die neue Krippe. Und der hat ganz gut geklappt. Dass sie innerhalb von einer Woche schläft sie jetzt schon da und isst. Und geht da wirklich gerne hin. Und jetzt ist für mich morgens die Zeit, dass die zwei auch immer so müde, dass sie die ganze Zeit schlafen. Und deswegen schaffe ich da den Haushalt. Und ich will halt auch noch ein bisschen umstellen und da ein bisschen dekorieren. So langsam kommen jetzt, ich habe jetzt vorgestern eine Riesen-Amazon-Bestellung gemacht. Ich brauche jetzt endlich mal Deko hier drin und einfach ein paar Sachen, die fehlen. Ja, die ersten Sachen sind schon gekommen. Zum Beispiel hier im Jungszimmer. Dieser wunderschöne Teppich. Der hat heute Morgen das Tipi umgeschmissen. Die Jungs bekommen in ihrem Zimmer, oder ihr Zimmer ist dazu gestaltet zum Thema Indianer. Und deswegen habe ich dieses Lama auch gekauft, weil ich das so süß fand. Guck mal, das ist mir da jetzt so schön. So, Tipi wieder aufgebaut. Und auch da rein. Das ist jetzt die Wäsche, die ich eigentlich zusammengelegt habe. Aber, ja, sobald Lotta irgendwas in die Finger bekommt. So ist es halt mit Kleinkind. Jetzt seht ihr das nochmal ganz, das ist das Tipi. Hier ist so ein Ablagebett. Also hier lege ich die Zwillinge rein, wenn wir, wenn ich den einen wickele oder irgendwie, ja, den einen irgendwo hinlegen möchte. Hier habe ich noch der Zufa stehen. Und hier der Chaoswickeltisch. Und, ähm, auch Wickeltisch. Genau. Und Klamotten. Gut. Also, ich habe jetzt, ähm, gestern beschlossen, dass ich eine neue Putzroutine anfange. Also ich fange immer im Jungszimmer an, arbeite mich dann alle Zimmer vor. Also hier im Flur. Alle Zimmer vor. Bis ich ins Wohnzimmer gelange. Ähm, genau. Und dann je nachdem, ähm, wie viel Zeit, Lust ich habe, dass ich noch einmal durchsauge. Oder es staub ist oder sowas. Also gestern habe ich ziemlich viel rumgeräumt. Da hatte ich dann keine Zeit mehr. Und, äh, Wäsche fällt halt auch noch an. Also wird jetzt einmal Speed hier durchgeräumt. Und dann, ähm, werde ich einmal staubsaugen. Das ist halt oberste Priorität und die Wäsche. Genau. Ich nehme euch hier mit. Und viel Spaß. Ab morgen wird hier an der Wand, also hier die Wand ist dann noch sehr leer und weiß, ähm, da habe ich so eine Schnecke, so eine Stoffwindelschnecke oder so eine Regalschnecke bestellt. Und die wird hier hingemacht und dann kann ich die ganzen Stoffwindeln einsortieren. Dann muss ich sie nicht hier unten in den Körbe hinstellen. Hier für das Kallax-Regal muss ich noch so Schubfächer kaufen. Ähm, da oben sind Sachen, die ich für andere, ähm, hergerichtet habe. Die, ähm, ja. Die, ähm, die will ich verkaufen oder verschenken. Genau. Gut. Ein Raum fast fertig. Nur noch das, ähm, die Wäsche gerade zu Lotta ins Zimmer tragen und dann ist der Raum fertig. Dann kommt der nächste. Das nehme ich an die Roller hinzu. Aber jetzt kommt erst unser Schlafzimmer. Ich muss mich nämlich dran gewöhnen, ähm, mit dem Lichtzustehen. Das Bett ist fertig. Wir haben ja ein XXL-Familienbett. Ähm, genau. Ich zeige es euch nochmal. Also, hier schläft mein Mann. Da schläft die Lotta, wenn sie kommt nachts. Ähm, dann schlafe ich hier. Und dieses, ähm, Handtuch, dieses Riesenhandtuch habe ich hingelegt. Weil die Babys so viel spucken und ich, ähm, äh, sonst hätte ich jetzt mein Spannbettuch wechseln müsste. Und das ist so anstrengend. Deswegen wechsle ich dann immer nur das Handtuch. Genau. Hier schlafe ich. Und die Jungs, entweder da oder links und rechts. Also, ich rutsche im Kissen oft nachts, aber ein bisschen in Limite oder, ja, je nachdem, ähm, wie ich die Jungs stille oder wie viel Nähe sie brauchen, links und rechts von mir. Ja, genau. Ähm, diesen Karton, das ist noch Sachen, die ich verkaufen möchte. Und hier hinten sind so wieder Sachen. Ähm, die haben wir hochgeholt, weil sie was gebraucht haben. Aber ich habe hier oben noch keinen Platz gefunden. Außer, ja, also ich habe jetzt bei Amazon auch noch so Kleidestangen bestellt. Die will ich hier hinschrauben. Einmal hier und einmal hier. Und dann kann ich hier so Jacken hinhängen, die, ähm, man vielleicht hier oben braucht, aber, ähm, nicht täglich. Also, weil unsere täglichen Jacken sind ja vorne und von daher. Genau. Also, Schlafzimmer fertig. Gut. Ähm, da am Fenster seht ihr noch unser Vorhang. Ist noch nicht ganz so geil. Aber einerseits müssen wir den Vorhang in der Mitte noch nach oben festlegen. Und dann noch, ähm, kommt links und rechts noch ein orangener Vorhang hin. Den, ähm, ich gerade noch bei meiner Mama habe. Die hat den irgendwo bei Umzug mitgenommen. Und, ähm, ich habe den bis jetzt noch nicht geholt. Oder irgendwie glaubwollt, hat sie gesagt, sie wollten glaub bügeln oder so. Und, ja. Jetzt. Jetzt, genau. Dann kriegt er schon so ein bisschen eine Roomtour. Wenn, stimmt, ist ja gleich die Roomtour. Also, das nächste Zimmer, wenn ihr jetzt seht, hier fängt es an, darüber. Und dann geht es da. In das Badezimmer. Ja, ist eigentlich gleich eine Roomtour. Mit aufräumen. Also, hier muss man eher platzisch Spielzeug wegräumen. Aber der Hammer gehört darüber. Genau. So. Sonst ist hier eigentlich nichts großartig. Das Geld muss weg. Das Geld muss weg. Hau kommen. Hau kommen. Na, dabei. Mein Mann hat gestern Abend mit Lotta gebadet. Und hat wahrscheinlich kein Handtuch gefunden. Dann hat er den Poncho ja angezogen. Na ja. Hängen wir mal da auf. Gut. Dann schiebe ich das Geld ein. Das räume ich nachher auf. Und dann noch das Hundewasser. So. Jetzt steht das Hundewasser im Badezimmer. Das stand im Gästeklo. Aber im Gästeklo war das Problem, dass wir seit wir die neue Heizung haben, hat man da jetzt die Rohre abgetrennt. Man hat nämlich alle Rohre neu gemacht. Außer die im Gästeklo. Damit wir noch Wasser haben. Und jetzt müssen wir die Rohre im Gästeklo noch neu machen. Jo. Bis das gemacht ist, weil das Hundewasser stand, bis da schon im Gästeklo. Habe ich jetzt hier ins Bad gestellt, weil die saubern immer so viel nach dem Trinken, dass das nicht so schlimm ist, wenn es hier nass wird. Und wenn das irgendwo im Flur steht, oder in der Küche, wo Lotta die ganze Zeit hinläuft, dann spielt sie damit. Und wenn das jetzt so im Bad oder im Gästeklo ist, wo die Hunde zwar wissen, was trinken ist, aber die Lotta dann nicht hinkommt oder nicht die ganze Zeit dran vorbeiläuft und sie sieht, dann ist aus den Augen, aus dem Sinn, dann vergisst ihr das. Und dann spielt sie nämlich nicht die ganze Zeit damit und ist auch nicht immer bettschnass. Genau. Bad, wie ihr seht im Hintergrund, hier im Spiegelschrank müssen wir noch Spiegel hinmachen. Und das war auch eine coole Idee, dass wir hier so ein Radio eingebaut haben. Dann drückt man bloß drauf und dann ist Radio an. Genau. Und an die Wand, die ist noch total leer, da kommt jetzt heute ein Bild. Wir waren ja in Bali im Urlaub und da haben wir ein Bild geschossen von den Vulkanen mit Reißfeldern und sowas und das kommt hier hin. Genau. Dann ist das Bad nämlich auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch hier eine Dusche, kommt noch ein Glas hin. Aber das muss noch geliefert werden. Ja, genau. Also, der nächste Raum. Eigentlich ist der Raum sauber. Das waren noch so Sachen von den Jungs drüben. Und genau, also eigentlich ist der Raum sauber. Da habe ich gestern aufgeräumt und irgendwie hat sie nicht damit gespielt. Ah ja, das war ja Gassi und dann baden. Genau, im Bett, da fehlen die Kissen. Sie hat das zweimal gespuckt, nicht dreimal gespuckt gehabt wegen Husten und deswegen habe ich jetzt auch hier ein Handtuch liegen, weil ich keine Lust hatte, das Bett hier erst mal neu zu überziehen und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt hier ein Handtuch hin, falls sie wieder hustet und dabei spuckt. Das ist einfach, dass das Handtuch wechseln muss. Genau, jetzt räume ich kurz den Wäschekarben, den ich von den Jungs gekocht habe, auch noch hier ein und dann geht es weiter. So, Raum fertig. Der Raum verbraucht jetzt mehr Zeit, aber naja, auch nicht unbedingt. also, wir haben jetzt eine neue Küche seit zweieinhalb Wochen und seit vorgestern ist, nee, seit Montag, heute ist Donnerstag, ja okay, seit ein paar Tagen haben wir jetzt auch unsere Steinplatte und deswegen ist die Küche fast komplett fertig. Ich zeige sie euch mal. Es ist noch voll Chaos, also noch nicht darauf achten, wir machen es ja gleich sauber. Also, hier kommt man rein, dann ist hier ein Hochschrank mit Backofen, da ist die Mikrowelle drin, der Kühlschrank, hier sind zwei Hängeschränke, hier ist Arbeitsplatte, da kommt dann noch die Kaffeemaschine hin, die ich noch bestellt habe. Genau, da oben habe ich Obst, ein bisschen Deko, da hinten steht der Thermomix und unser Insektionsherd, dann die Dünschabzugshaube und hier haben wir einen riesen Vorratsschrank, kriege ich den gar nicht ganz drauf, wenn ich hier in der Ecke stehe, sieht man es ein bisschen besser. Genau. Und wir haben so eine Natursteinplatte, die hat so blaue Glitzerelemente, vielleicht sieht man es ein bisschen vom Licht, so ein bisschen sieht man, genau. Und dann diese Holzgriffe mit dem Schwarz, das passt dann auch wieder zu den anderen Sachen und die Holzgriffe passen zum Boden. Genau. Hinter dieses Kochfeld kommt noch eine rote Tafel hin, ein Spritzschutz und hier unter der Fensterbank möchte ich einmal Boden. Dann möchte ich die nachher runtergehen und auch so Bodenpaneele holen, um zu gucken, wie das aussieht und genau. Gut, dann räumen wir mal die Küche auf. Musik 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 Die Küche ist fertig! Tattarett! Genau. Schön! Echt toll! Gut! Dann! und jetzt kommt der flur hier ist chaos mit fuhrpark hier ist immer chaos mit fuhrpark schule von lotti und jacken chaos bin relativ geworden ich habe hier so ein karlachs regal da habe ich zwei also einfach raus gemacht und dann habe ich hier so haken hin gemacht und dann ist es wie so eine garderobe für ja wie im kindergarten und dann habe ich unten zur karlachs abtrennung geholt für die schuhe und hier habe ich so kürbe die sind aber vom tee nicht von ikea und den ersten habe ich die stofftüten drin wenn man einkaufen geht zweit ist noch leer ach für tun der hat der massel zum hunde abtrocknen genommen jetzt irgendwelche krebskasten regenschirme meine mützen und das muss ich meine oma bringen tüte und ganz unten sind die tragehilfen die ich benutze im alltag aber auch nicht alle glaubt ja da unten wo ist nämlich noch in der garage im auto genau ok so also ich probiere jetzt mal diesen schnipps trick mach hier hier ist chaos und ich mach okay schnippsen hat nicht funktioniert ich bin gerade noch mitten dabei ihr seht im hintergrund ich so fahre noch sauber ich küsse im berg habe schon gesaugt aber jetzt schreien beide jetzt muss man sich erstmal wickeln der fedex habe ich schon gewickelt jetzt kommt noch der raphael drin aber der ist einmal komplett nass einmal komplett tut die komplett die nassi wenn sie sich nicht voll spucken dann machen sie sich einmal komplett nass aber der hat sich halt auch schon vollgespuckt das ist ja ob er tatsächlich einigermaßen trocken da dass ich den felix jetzt schon gestillt habe äh gewickelt habe möchte jetzt gestillt werden ähm aber jetzt muss ich erstmal den raphael trocken legen und sauber machen solange muss jetzt einfach der felix warten das ist halt leider so wenn man kein einzeln kind ist das muss man warten ah jetzt habe ich wieder keine stoffwindel überholt so jetzt stelle ich beide so jetzt geht's So, jetzt endet ich hier. Das Video, wo ich angefangen habe. Das Mund sind mir jetzt auch sauber gesaugt. Die Babys sind gestillt. Schlafen sie da. Jetzt habe ich sie da aufs Sofa gelegt. Und sie schlafen nicht ganz. Aber sie sind ziemlich ruhig. Ich mache mir jetzt gerade grießfrei zum Mittagessen. Und dann macht die immer wieder in die Windel. Also muss ich wieder Windel wechseln, stillen und nachher dann Lotter abholen. Das ist so irgendwie meine Daueraufgabe. Aber Lotter, die Windel wechseln und stillen. Naja. Genau. Ich versuche auch gleich das Video anfangen zu schneiden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich möchte ziemlich wirklich wieder regelmäßiger Videos machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.